Wow, ich habe ein super tolles Intro gemacht und der hat gar nichts aufgenommen. Jo, und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin die Barbara, Sunrise-Topliner und Podcaster und heute geht es weiter mit dem nächsten Song-Talk. Ich habe euch ein bisschen warten lassen. I know it. Deshalb gibt es heute auch etwas Besonderes, nämlich einen Song, den ich erst vor kurzem geschrieben habe und eigentlich ist er noch gar nicht fertig. Ich habe meinen Song fertig gemacht, so fertig wie möglich. Gibt es eine Abstufung zum Fertigmachen? Fertig? Fertigerer? Am fertigsten? Am Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung, wenn man so möchte. Also bleibt dran, das wird noch interessant. Los geht's. Viel Spaß. Fangen wir mal an mit dem Namen des Songs. Der Song heißt nämlich Ring the Bell. Und ja, Ring the Bell. Tatsächlich. Es geht nämlich, ja, eigentlich um ein dieperes Thema, um Vergangenheit und so und Leben und so. Und ich habe mir gedacht, lasst uns darüber reden jetzt kurz vor Weihnachten. Finde ich das einen guten Zeitpunkt. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und sehr viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet und überhaupt an meinem ganzen Leben. Mir sind viele Dinge passiert, die, ja, mein Leben einfach sehr verändert haben oder wo ich einfach beschlossen habe für mich, okay, so will ich das nicht mehr weitermachen. Es muss sich was ändern. Los geht's. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch festgestellt, dass ich früher ein Verhaltensmuster hatte. Kann man das so sagen? Nämlich eines auf, ähm, wie beschreibe ich das am besten? Ich habe, als ich jung war, viel darauf gewartet, dass Dinge passieren. Also im Außen darauf gewartet, dass etwas auf mich zukommt oder dass etwas passiert. Das ist vielleicht auch eine sehr naive Herangehensweise, aber mir ist aufgefallen, dass ich nicht die Einzige bin, die so an das Leben herangetreten ist. Es gibt viele Menschen, die so ihr Leben handeln und dann, naja, sich denken, irgendwie, ich weiß nicht, warum passiert nichts? Auf jeden Fall habe ich dieses, äh, diese State of Being quasi in diesem Lied verarbeitet. Ah, ich weiß nicht, ich habe es einfach gefühlt. Ich dachte mir so, ja, ich habe viel darauf gewartet, dass etwas passiert und ich habe ganz vergessen, dabei mein Leben zu leben oder einfach Dinge zu tun und nicht so viel darauf zu warten, dass etwas Äußeres zu mir kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Oh mein Gott, warum sagt sie das die ganze Zeit? Ich weiß, alle Leute, die sich nicht dafür interessieren, macht nichts, kein Problem. Schwamm drüber. Ihr müsst euch nicht dafür interessieren. Wenn ihr euch für Songwriting interessiert, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Aber im Songwriting geht es halt natürlich viel, bei mir, viel darum, dass ich mein Leben einfach niederschreibe. Es ist eine autobiografische Art und Weise, Songs zu schreiben. Ich finde, das ist auch für mich die richtige, die richtigste, the most right way. Jo, ihr versteht mich schon. Um Songs zu schreiben und ich glaube, das macht einen Song auch so richtig authentisch. Wenn ihr das schreibt, was ihr erlebt habt, was ihr fühlt, was ihr denkt. Ja, ich glaube, so können Songs richtig geil werden. Und natürlich auch, be as honest as you can zu dir selbst. At least zu dir selbst, denn was du dann im Endeffekt veröffentlicht, ist eh deine Sache. Aber für dich einmal zu Hause, fürs Schreiben, sei so ehrlich, wie du sein kannst zu dir selbst. Und in diesem Fall war ich wieder einmal ziemlich ehrlich zu mir selber. Und vielleicht kennst du das, du schreibst einen Song und du denkst dir, boah, der ist so geil, den will ich nicht hergeben. Den möchte ich auf keinen Fall irgendwie einem Minipublikum vorspielen, weil der ist einfach zu gut. Ich muss warten, bis was Großes kommt und dann haue ich den raus. Und dieses Große passiert aber nie, es kommt nie dazu. Es ist auch gar nichts verkehrt daran, seine Dinge einem kleinen Publikum vorzuspielen. Aber ich hatte so eine Phase, wo ich mir dachte, nein, ich muss warten, bis ich vor einem Riesenpublikum auftrete. Oder bis ich, ich sage jetzt irgendwas, einen Plattenvertrag habe oder so. Vielleicht war das einfach eine kindliche Denkweise, die jeder mal durchläuft. Ich glaube, du kennst das. Be honest. Also zu mir müsst ihr nicht ehrlich sein, aber sei ehrlich zu dir selber. Das ist das Wichtigste dabei. Und ich habe viele Songs in meinem Leben schon geschrieben, die noch nie öffentlich vorgeführt wurden, die ich noch nie live performt habe oder die auch noch nie jemand gehört hat, außer mir selber natürlich oder meine Nachbarn. Danke an diesem Fall an meine super toleranten Nachbarn. Ja, und ich bin irgendwann drauf gekommen, eigentlich voll schade, dass dieses Lied noch nie jemand gehört hat, weil ja, es geht einfach darum, dass ich der Meinung bin, man sollte nicht so lange warten, dass etwas passiert oder bis etwas passiert, sondern nimm dein Leben selber in die Hand und tu einfach, was du tun möchtest. In meinem Fall war das so, ich habe ganz viele Lieder geschrieben. Ihr wisst, ich habe mit sechs Jahren angefangen, Songs zu schreiben. Ich war um die 20 herum. Ich habe schon viele Songs geschrieben und ich war gerade mitten in meinem Jazzstudium und ich dachte mir so, ich schreibe so geile Lieder. Voll überzeugt von mir selber. Aber ich mochte einfach, was ich geschrieben habe. Es gibt so einige Songs, die ich für mich gecappt habe, also für mich behalten habe. Und wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, schade eigentlich, dass ich die nicht schon viel früher vorgespielt habe oder rausgehauen habe. Ich meine, wozu gibt es YouTube? Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, die Zeit der Songs ist abgelaufen. Vielleicht kennst du das. Du schreibst einen Song und du denkst dir, boah, der passt gerade voll in diese Zeit hinein. Und dann vergehen zehn Jahre, in meinem Fall sind mehr als zehn Jahre vergangen. Und ich habe jetzt das Gefühl, puh, ich habe mich doch ziemlich verändert. Es hat sich etwas verändert und dieser Song passt irgendwie nicht mehr so ganz zu der heutigen Zeit und auch nicht mehr zu mir. Ja, der Song passt irgendwie nicht mehr. Schade, dass ich ihn nicht schon früher rausgehauen habe. Das wäre cool gewesen. Worauf habe ich gewartet? Ja, ich habe festgestellt, ich habe auf Dinge gewartet, die im Außen passieren. Und in diesem Fall möchte ich dazu auffordern, dass du nicht wartest auf etwas. Auf jeden Fall habe ich da dieses Thema verarbeitet. In diesem Fall sind viele, viele Songs irgendwie vom Potential her verloren gegangen. Denn die Zeit ist für diese Songs, für mich zumindest gefühlt, schon abgelaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht siehst du das Ganze auch ganz anders. Dann schreibt das bitte auch unten in die Kommentare hinein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch austauscht. Ich kann nämlich eure Gedanken nicht lesen. Und wenn ihr nichts schreibt, dann weiß ich nicht, was ihr denkt. Daumen hoch für dieses Video. Es ist wieder eine Ballade geworden. Ja, aber man kann ja mittels Producing einiges tun. Ich habe zwar noch nichts dazu produziert, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der Song kommt wieder als Lyric Video heraus. You know. Dort könnt ihr natürlich den Text auch wieder mitlesen. Das ist ja auch ein Lyric Video. Das heißt, ihr könnt euch dann genauer mit dem Text befassen. Ich möchte hier jetzt nicht eins zu eins übersetzen, sondern ich möchte über den Meaning reden, also was das bedeutet. In diesem Fall habe ich mir gedacht, es ist eigentlich gut, darüber zu reden, dass man nicht zu lange wartet auf etwas. Ich bin halt in diesem State, dass ich mir denke, Leute, worauf wartet ihr? Lebt euer Leben. Lebt es jetzt und wartet nicht darauf, dass irgendwer in euer Leben tritt oder dass irgendetwas Großes passiert. Denn das wird nie passieren. Ist nicht ausgeschlossen. Aber warte nicht darauf, denn das Leben, naja, das passiert halt so nebenbei, wie der lieber Helmut in meinem Podcast gesagt hat beim letzten Interview. Falls dich das interessiert, Songwritergespräche ist der Podcast und ihr könnt euch alle Folgen nachhören. Das Leben passiert einfach so nebenbei. Und dieses Nebenbei-Leben gibt dir aber den Stoff für deine Songs. Denn so mache ich das. Für mich sind das die besten Songs, die entstehen können. Lebt euer Leben. Macht das Beste draus. Und falls ihr sagt, ja, ich würde aber gerne geilere Songs schreiben, aber ich habe nicht so viel Zeit oder nicht so viel Lust oder was auch immer, das alleine herauszufinden, dann schreibt mir gerne. Ich helfe euch gerne in einem Songwriting-Coaching dabei. Wenn ihr Bock habt, dann jetzt unten schreiben oder E-Mail schreiben. Ihr wisst Bescheid. Unten steht alles in den Show Notes drinnen. Ja, in diesem Sinne lasse ich das jetzt mal so stehen. Das ist eher ein liebes Thema. Lest euch den Text durch. Wenn ihr Bock habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder etwas zu dem Song schreibt unter dem Song, unter dem Lyric-Video. Achso, ja. Und das, was ich mir jetzt überlegt habe, weil der Song ist ja eigentlich noch gar nicht fertig. Ich habe ihn jetzt zu fertig gemacht, damit ich ihn für euch quasi raushauen kann. Aber irgendwie fehlt mir noch ein gewisses etwas, nämlich eine richtig geile Hook. Ich habe festgestellt, beim Durchhören, es ist nicht wirklich ein Hook geworden, was ich da gemacht habe. Aber das könnt ihr gerne selbst entscheiden. Schreibt mir das unten in die Kommentare hinein. Falls du Bock hast und dir denkst, ja, da wird noch was passen und zufälligerweise hätte ich eine Idee, dann freue ich mich total, wenn du was dazu schreibst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt was in die Kommentare hinein. Ich freue mich über eure Einsendungen. Am besten, ihr hört selber rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Cheers!